Zombie Apocalypse Moin Moin, die Brotmacher am Start. Heute ist endlich mein SCUF Controller eingetroffen. Jetzt wird natürlich gleich das SCUF Opening gemacht. Hier werden wir auch den neuen SCUF Controller mit meiner Variation sehen. Mal gucken, wie es euch gefällt. Heute Abend wird auch der Controller gleich mal getestet. Hier haben wir die schöne Schachtel. Mal gucken, ob das Ding auch heile angekommen ist. Das dauert immer ein bisschen. Die kleinen Features, die ich mir dazu bestellt habe, ist das Ladekabel von Infinity SCUF. Seht ihr hier. Mit den schönen goldigen Abrundungen, vier Ersatzgeschichten und die neue Verpackung vom SCUF Controller. Wo das Ding jetzt endlich gekommen ist, ist natürlich fünf Tage zu spät. Was will man auch anderes erwarten? Was würde das mal klappen? Die Verpackung ist eigentlich mittlerweile echt nice geworden. Ein bisschen viel Druck für den Controller, aber naja, wie Infinity nun mal ist. Dann haben wir natürlich standardmäßig gleich wieder mal die Beschreibung im Petto. Und das kleine SCUF-Schildchen. Hier der schöne Controller, natürlich selbst zusammengestellt. Habe ich mir eigentlich genauso vorgestellt. Die Verarbeitung selbst hat mich eigentlich wirklich gewundert. Hier haben wir noch die schönen Verlängerungen hinten dran. Wir können Trigger an die Einstellungen. Jetzt werde ich mal einfach ein paar Bilder noch einblenden. Danke fürs Zusehen. Und heute Abend wird der natürlich getestet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 ZDF für funk, 2017